Für die Indianer waren Februar und März die schwachen Monate. Da sie sich näher an der Natur aufhielten, erkannten sie die Neigung der Tiere und auch des Menschen, in dieser Zeit untätiger zu sein, was immer dann der Fall ist, wenn diese Macht einen strukturierten Körper erneuert. Die vollkommensten Kristallisierungen des mineralischen Elements kommen aus der Lösung, die den geringsten Erschütterungen ausgesetzt war. Nach diesem Prinzip richtet sich auch ihr Körper im Frühjahr, wenn er seine Elemente erneuert und neu herauskristallisiert. Um aus dem erwärmenden und erneuernden Element des Frühjahrs den größten Nutzen zu ziehen, sollten sie immer dann ruhen, wenn sie ruhebedürftig sind, sei es mitten am Tag oder mitten in der Nacht. Wenn sie Geist oder Körper gegen ihr Ruhebedürfnis zum Weiterarbeiten zwingen, zum Beispiel indem sie Muskelkraft durch schiere Willensanstrengung aufwenden und bis zur Erschöpfung arbeiten, und erst merken, wie erschöpft sie eigentlich waren, nachdem die Arbeit bereits abgeschlossen ist, sowie dies Abertausende immer wieder tun und durch unser unnatürliches Arbeitssystem dazu gezwungen werden, hindern sie ihre Heilkraft daran, ihren Körper wieder voll und ganz herzustellen. Sie hindern dieses neue Element, das den Baum erneuert und dafür sorgt, dass sie seine Knospen entwickeln daran, sich mit ihrem Körper zu vermischen. Sie halten an einem verbrauchten Element fest, das ebenso abgeworfen werden sollte, wie die Eiche ihre toten Blätter abwirft, bevor der Winter vorbei ist. Sie schleppen dann Todlast mit sich herum, statt neues und aufbauendes Leben zuzulassen. Das ist einer der Gründe, warum die Schultern durchhängen, das Haar ausbleicht und im Gesicht Falten entstehen. Der Abbau des physischen Körpers, Altern genannt, ist eine Folge dessen, dass der Mensch weder daran glaubt noch weiß, dass er sich selbst in die Lage versetzen kann, um eine nie nachlassende Lebenskraft zu empfangen, die sein Bewusstsein ständig mit neuem Material auskleidet. Bloße Muskelkraft und konstante körperliche Betätigung sind nicht immer Zeichen einer vollkommenen Gesundheit. Im Fieberwahn kann ein relativ schwacher Mann so stark sein, dass zwei oder drei wesentlich stärkere ihn festhalten müssen. Sobald dieser Wahn vorüber ist, ist er wieder schwach wie ein Kleinkind. Im harten Wettbewerb des Berufslebens führen tausende von Menschen ein ähnlich fieberhaftes und übersteigertes Leben. Diese Leute leben unter einer ständigen Anspannung. Sie brauchen diesen Zustand sogar und können nur arbeiten, wenn sie sich in ein gewisses Maß hineingesteigert haben. Werden sie aufgrund der Anforderungen der Natur dann doch zur Ruhe gezwungen, so fühlen sie sich gelangweilt und halten dieses freundliche Signal fälschlicherweise für eine Art von Erkrankung und behandeln sie dementsprechend. Selbst dann, wenn sie Wochen oder Monate lang im Krankenbett ruhten und so behandelt wurden, als hätten sie an einer gefährlichen Krankheit gelitten, wirkt sich dies stärkend auf ihre Knochen, Muskeln und Nerven aus. Sie tun deshalb gut daran, die Vorstellung der Frühlingserneuerung ernsthaft zu überlegen, auch wenn sie ihnen zunächst vielleicht nicht völlig einleuchtet. Körper und Geist werden es ihnen danken. Im Reich der Natur wechseln sich Ruhe- und Aktivitätszeiten ständig ab. Bäume ruhen im Winter. Der Saft zirkuliert nur mäßig. Es werden keine Blätter, Blüten oder Früchte erzeugt. Wildtiere und Vögel tun nach der Brutzeit im Sommer außer der Nahrungsaufnahme und dem Schlafen nur wenig. Einige Tiere und Reptilien schlafen sogar den ganzen Winter über. Sogar der Mutterboden ruht sich aus. Wenn er durch ständige künstliche Düngung zum Erzeugen gezwungen wird, laugt er aus und die Erzeugnisse sind geringwertiger. Wenn der Mensch erkennt, dass er seinen Körper nicht jahrein, jahreaus ungestraft eine ständige Nerven- und Willensanstrengung aussetzen kann und dass er, ähnlich wie Bäume, Vögel und Tiere in der Natur, der Ruhe bedarf, dann wird er auch einen gesünderen Körper, elastischere Muskeln und einen klareren Geist besitzen. Darüber hinaus würden in ihm auch andere Sinne und Mächte, an deren Existenz die meisten Menschen nach wie vor zweifeln, erwachen. Einige östliche und indianische Rassen besitzen diese Sinne und Mächte in einem gewissen Grad, teilweise aufgrund ihres ruhigeren und naturgemäßeren Lebensstils. Die Rede ist von der harmonisch und ohne Zutun einer physischen Aktivität auf einen einzigen Zweck ausgerichteten Macht des Bewusstseins. Wenn Sie Ihr gesamtes Denken oder Ihre gesamte Kraft nur in das Funktionieren Ihrer Körperglieder investieren, wenn Sie jahrein, jahreaus unentwegt arbeiten und die natürlichen Ruhezeiten nicht beachten, dann wird Ihr Körper frühzeitig verschleißen. Sie verpassen dann die Heilkraft des Frühlings aufzunehmen.